Wer wäre in Ihren Augen der, die bessere ÖVP-Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin? Eine Riesenüberraschung. Ich habe 50 Prozent, weiß nicht, zeigt wirklich ein massives Achselzucken, so nach dem Motto, beide sind nicht angetan, das Führungsproblem der ÖVP zu lösen. Aber und das Spannende, ich hätte es auch nicht vermutet, dass Hannem Wickel-Leitner sogar hinter, knapp hinter Karl Nehammer liegt. Als Alternative für Karl Nehammer dürfte sie weniger taugen, aber noch einmal 56 Prozent sagen, weder noch. ÖVP-Wählern die Priorität eindeutig nach wie vor für den regierenden Kanzler Nehammer ist. Die ÖVP-Wähler wollen offenbar derzeit, Anführungszeichen oder Klammer auf, noch Klammer zu, keinen Wechsel des Spitzenkandidaten. Bei der SPÖ liegen die zwei schon ziemlich gleich auf und bei der FPÖ liegt bereits Hannem Wickel-Leitner vorne.